liebe leute willkommen zurück ich muss in diesem haus irgendwelche strahlungstabletten suchen das war jetzt unsere aufgabe wir hatten das feuer hatten wir gesetzt und die ach so das waren die reste von dem feuer der tag der war jetzt noch nicht ganz zu ende ich schaue noch mal im haus nach strahlung genau ich sollte mich beeilen gut das mache ich an sich ist kein ding die frage ist nur welchen haus also schauen wir mal auf die ich bin ja quasi hier also muss ich also muss ich doch mal in die häuser schauen gehen noch gut dann machen wir das wie sie das ist 13 minuten das feuer das ist in ordnung das heißt ich habe die tür wieder ein und muss aufpassen dass dann nehme ich noch solche komischen dinger sporen also hier brauche tag 6 ist schon durch so schauen wir mal die fertigkeiten an wie flammert 1000 85 punkte was lohnt sich dann jetzt eigentlich 500 was ist das bogenfertigkeit habe ich ja noch gar nicht brauche ich also nicht widerstand gegen was gegen radioaktivität oder irgendwas chemisches und das optimist level 2 verlangsamt die verschlechterung der stimmung ist vielleicht das ist vielleicht gar nicht so schlecht so da haben wir noch 300 das war's quasi schon okay nächster tag so das haus ist wahrscheinlich dann nicht der fall wir schauen mal in das haus also ich schrecke doch immer noch etwas wenn das hier ich muss wahrscheinlich die lautstärke etwas niedriger drehen hier mein kopfhörern ohne das war die falsche richtung ja so und klar war ja klar war ja klar dass dieses vieh kommt ich hab's ja gewusst ich hab's ja erwartet aber trotzdem schreckt man trotzdem immer wieder ok klopfen raus geht's zumindest schneller ist meine energie ist und hunger habe ich was vergammelt am schnellsten f3 pfeife ich mir mal rein f2 f5 äpfel nochmal äpfel äh f7 genau bei 90 so hier kann man nicht rein das haus hatten wir da schaue ich mal was war das das haus hier oben hat man das schon mal angeschaut nee auch noch nicht oder also was ist denn das säurekopf das ist mir das kenne ich kenne ich das schon irgendwoher vielleicht sollte ich das werfen bewerfen oder abwerfen hä gute idee von mir schlaube hier so kann ich das nee das ist metall kann ich gar nicht öffnen ach das geht gar nicht ich komme ja gar nicht rein schade komme ich hier irgendwo anders lang ist überhaupt was drinne doch da ist draht drinne und medizin also gutes zeug wieso komme ich da nicht rein wer steht da das ist ob das eine statue ach das ist auch bloß eine statue okay gut also wir schauen mal auf die map also irgendwie ich bin da genau dort ist das feuer also das haus hatte ich und das da oben hatte ich hm ja also hier komme ich nicht rein in dem war ich doch schon wie ist es da die tür ach nee das ist das mit dem dietrich aber ich habe ja keinen dietrich oder dietrich genau aber ich habe keinen dietrich vielleicht ist das auch das falsche haus das ist zu ich muss mich auch langsam wieder um essen kümmern und das ist ah na holl ach ich bin wahrscheinlich nö ein bug oder wie alter eisen eisen aber irgendwie komme ich jetzt nicht so ganz klar ich wollte doch ein da ist eine ratte die nehme ich mir mal mache ich mal hier ja zurecht vielleicht dann das hier war ich auch schon drinnen da ist auch noch eine ratte okay also hier war ich schon drinnen und hier ist nix hier ist nur der save da brauche ich aber auch ein dietrich ne da war ich kein dietrich aha alles natürlich okay diese tabletten sollen da jetzt zwölf stunden eingenommen werden meine fängt sie zu vermeiden ach das war das okay das war ja doch leichter ist gedacht sollen sofort die medizin und so weiter und so fort okay naja ist gut danke naja ist auch so ich denke nach genau danach habe ich gesucht gut ich kann sie nur auf eine weise testen ich muss sie schlucken aber es mir gefällt doch nicht nur seine tablette schlucken vielleicht hat der alte mann auch gelogen das ist kein geeigneter opfer-experiment ich sollte sie probieren gut dann probiere ich die ich gehe trotzdem mal raus weil ich ach da ist er wieder der spacken alter alter ich muss weg ich muss weg ich muss weg ich muss weg ich brauche die tabletten die muss ich gleich mal nehmen halt 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 ja doch nie doch nicht jetzt was ist los ich muss weg hallo nach einnahme der tabletten war mein kopf und meine gedanken klar nee ist gar nichts klar ich frage mich weil einwohner sind ja 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 später ich frage meinen neuen freund mache ich später was muss ich drücken ich muss f3 drücken f3 muss drücken alter wie wir sind hinter mir schüttchen 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 ach das klingt schlecht das klingt schlecht da kann ohne rennen da ist langsam scheiße wie stirb ja das ist eben der mist gewesen weil ich hier 30 kilo schwer bin scheiße so ein assi laden okay das heißt ich muss erstmal so eine so eine aufbewahrungsbox bauen dass da das ist ja das muss sein aufbewahrungsbox und zwar tue ich die am besten hier einbauen geht das habe ich schon hier sowas ich habe doch hier schon sowas meine güte das kann ich doch benutzen okay schraubenschüssel ich habe drei schraubenschüssel die brauche ich ja nicht es reicht ja vielleicht wenn ich einen habe oder genau hammer habe ich auch zwei brauche ich auch nur einen achse ist in ordnung kacke auch stock habe ich 2 das kann man da lassen ist auch nicht so schwer 11 dosen die brauche ich da auch nicht wie viele nehmen wir nehmen erst mal 8 darüber feuerstein habe ich nur ein ok steine 4 das lassen wir mal heizöl ja dann mache ich die hälfte auch mal ins lager so kilo wieder weniger 32 rinde zack ins lager 20 ins lager wie viel sind wir 25 kilo das wird langsam plättern ins lager 20 die kann ich ja überall wieder finden das lager ach da passt viel rein so was haben wir noch holzblock können wir lassen 8 fälle kommt auch ins lager so löt gewehrkugeln 30 die kann ich eigentlich alle ins lager tun weil ich habe ja noch gar keine kein gewehr leichenknochen was ist denn das teil des plans teil des plans ist die frage ob ich die sachen bei mir behalten soll oder lieber ins lager tun soll hmm draht ja ich weiß es eben auch nicht so richtig ok was war jetzt unsere nächsten aufgaben nach einer tablette war ein kopf ist klar ich frage mich weil was er weiter geht ich frage meinen neuen freund ok also flitzen wir zu unserem so schmal ist doch die tür gar nicht flitzen wir zu unserem neuesten freund jetzt kam aber auf einmal ganz schön viele anhalt von diesen elenden woher kam die denn jetzt sieht es eigentlich aus vielleicht sollte ich doch noch mal ein bisschen essen machen ja ja das ist gut mittlerweile so und wie lange geht es noch 4 minuten ich lege mir noch was nach das ist mir sonst nix hier Stücke 2 und die Rinde da haben wir auch genügend so ok gut jetzt aber sie aus 40 da esse ich mal was von der leckeren Ratte so fast wo war der Typ der andere russische Kollege der Kollege was hot was h I just ended up here by chance all I know is that the monster started coming the locals tried to cut themselves off they established a quarantine and they built barricades they shot back as much as they could but from what I've seen it didn't help much the people either run away or turned into those creatures erfüllt ist klar haben wir gesprochen es ist also geschehen ich bin nicht verwundert erscheint es wäre eine epidemie ausgebrochen ich muss vorsichtig sein ist klar umspannwerk wo ist das jetzt okay ich überprüfen dass ich mir das doof die barrikaden der einheimischen nähe ansehen aber zuerst muss ich das umspannwerk unter die lupe nehmen gut die barrikade es ist die frage ob ich vielleicht doch so eine keule kraften kann ich gehe mal wieder zum feuer zurück da ist nichts nein ist auch noch hell wie spät haben wir es eigentlich dreizehn uhr das geht eigentlich noch gut wir tun mal weiter verbraten also wir müssen weiter nach da okay das war ja klar das war klar und was ich jetzt aber erst mal schauen wollte war weil wenn dann doch wieder die elenden kommen dann fühle ich mich mit so einer keule sicherer so kann man die eigentlich bauen schon lötmetall brauche ich jetzt eigentlich noch nicht oder so die keule die keule die keule hatte ich die beiden sterne hatte ich nicht da ist er ja gut das ist mir etwas angenehmer und war alles i also pistole ja wieviel schuss habe ich eigentlich aber dann treffe ich nicht so richtig in der hektik ach ich hab ja schon eine ko- ne das ist die oder? ne doch ich hab zwei ja na gut dann 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 aber kann ich nicht schaden pistole aha nachladen zeigt irgendwo an wieviel schuss ich hab nö oder ich zeig es nicht an gut was ist das das sind die Fäuste jetzt kommt die keule okay so machen wir das das ist mir angenehmer und dann ja liebe leute also das programm hat mir schon wieder abgestürzt und das gleiche wie war das letzte mal oder das vorletzte mal das finde ich ein bisschen assi also das stürzt ab und beim neuladen stürzt mir das ganze system mit blue screen ab also das ist also da bin ich jetzt im moment äußerst unzufrieden und ja ich werde mal sehen also wenn das jetzt nochmal passiert oder so dann wäre ich das erstmal beiseite legen das spiel also dann muss es erstmal ein bisschen besser und stabiler werden weil das macht dann keinen spaß also bei mir also ich finde das jetzt nicht so prickelnd so und zwar war das als ich die keule genommen habe ich ich nehme nochmal die keule das war die pistole ja wie soll der ammer hat er schon mal geladen jetzt hab ich nichts jetzt hab ich die keule so gut okay jetzt gehen wir nochmal los wir gehen nochmal eine runde wir gehen nochmal dahin aber und hoffen dass da jetzt nichts weiter groß passiert und zwar nach der map zu urteilen immer geradeaus okay was ist das eigentlich für ein klappriges auto was ist das wieso 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 kriege ich schaden verfolgt mich irgendwas oder die 55 die hälfte weggenommen schaden hilfe so 42 da muss ich mal schnell wegrennen hier 32 was ist denn das 33 gut es steigt wieder aber ich habe gar nichts gesehen da ist wieder ein elender na komm her komm her der geht ja noch den den sehe ich da weiß ich wenigstens bescheid weg mit dir du Heinz zehn gott oh gott zehn ist nicht gut was ist denn jetzt passiert verstehe ich jetzt nicht infektion minus 1000 was ist denn das da radioaktivität 99 prozent ist das jetzt das ist dann schlecht wahrscheinlich ist das schlecht oder wahrscheinlich muss ich aufpassen 19 uhrs wird nacht ach das ist ja nicht toll äh das ist ja Mist ist das ja so okay was ist hier drin hier ist auch irgendwas schönes wie komme ich da rein geht doch mal weg geht doch mal weg zaun da ist immer irgendwas ja diese funken ist wahrscheinlich auch nicht gesund so ich gehe mal vielleicht noch in dieses haus rein hier ist nichts um mich rum und dann werde ich mal die tür knacken ähm hallo ja 80 steigt so jetzt nehme ich mal die ne die keule wo ist der keule hier jetzt gehe ich mal rein hopp ach das das ist ein portal oder was komme ich da gar nicht hin kann ich hier mich langschlagen ach Mist ich komme gar nicht rein ich komme gar nicht rein äh 80 90 da sind wir schon bei 90 und die komische Radioaktivität oder was die die sinkt was ist hier ist hier was drin hier ist auch was drin da gehen wir hier mal rein was habe ich jetzt in der Hand auf wieder nacht okay so jetzt nehmen wir hier unsere keule und die keule hier wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er hier ist mal keiner oder was da bin ich vorbereitet und dann ist keiner da gut gehen wir wieder raus so dann würde ich sagen da flitze ich mal wieder zu meinem Feuer ja das mache ich mal lieber da habe ich sonst habe ich da ein bisschen Bange oh was ist das gut da ist kein Ding ach wieder ein Stück des Plans gut was ist das rotes Licht soll ich da mal hingehen was für eine Angelrute habe ich einen Plan gefunden oh da ging das Licht aus ich gehe mal lieber wieder zu meinem Feuer ich gehe mal lieber wieder zu meinem Feuer und das ist auch ausgegangen das heißt ich mache es mal lieber wieder an kann ich es anmachen ich kann es anmachen ok ok machen wir mal dieses Heizeöl machen wir einmal rein so und das Essen weil ich sehe irgendwie habe ich Hunger gut jetzt sieht es da wieder gut aus ok ich würde sagen ähm mmm ich mache jetzt erstmal hier Schluss ich meine das mit diesem Abschluss das finde ich blöd das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht ich werde es mal weiter beobachten ob das noch öfters vorkommt weil dann mache ich erstmal Schluss mit diesem Spiel dann sollte das ein bisschen stabiler werden aber ansonsten erstmal bis später ciao ciao